Harry, William, Kate und Co., dieser hatte die besten Schulnoten. Muss man als Mitglied der britischen Königsfamilie nur freundlich lächeln und winken können? Oder muss man auch eine hervorragende schulische Ausbildung besitzen? Viele Royals haben sich in der Vergangenheit als sehr gebildet und clever bewiesen. Doch wie haben sie eigentlich die Schule abgeschlossen und haben sie sie überhaupt besucht? Während von einigen Royals bekannt ist, welchen Abschluss sie in der Tasche haben, sind wir bei manchen doch im Unklaren. Wir haben für sie einmal zusammengestellt, welche Schulbildung die britische Königsfamilie hat und wer von ihnen der Schlauberger ist. Das alles erfahren Sie im Video. Verwendete Quelle, Miracle Oak.